Ja meine lieben Freunde, hier sind wir zurück zu Rocket Legion, ich bin heute nicht alleine, aber der Michael will natürlich nicht, dass man eigentlich hört, nicht hört, also wird eben leider nur mich hören. Egal, macht aber nichts. So, das sind wir. Endlich haben wir ein Spiel gefunden. Okay, es ist ein Tor, oder? Hihi, I love Bumble, weißt du? Weil es so einfach Tore ist, Tore zu schießen und ich muss sowieso gerade leveln, deswegen mache ich nur noch Bumble. Wir haben jetzt einfach. noch. Va. Wow, willst du mich verarschen? Okay. Alter, ist das gerade euer Ernst? Guck mal hier, zack, 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 zack. Nee, der ist sowieso dran vorbeigeflogen, der ist sowieso dran vorbei, also von daher. Zum Glück hatte ich die, zum Glück hatte ich die memoriert. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Also wer war schon so? Ich bin einfach richtig bearbeitet, von Playstation. Ist sofort. Das Ding ist dieses Thema gehackte und die was war versucht gerade mein Erkons zu retten. Die vom Rockste. Ja, ok, lass mich drauf. Mhm, alle. Ja. Wie locken und gegenseitig aus. Hier. Ich hab ihn flach gelegt. Ich hab ihn flach. Ich hab ihn flach. Da getrunken! Ich habe ihn flach! Okay, nice hex. Jetzt verlieren wir hier ein Hacker. Ja, guck, Hacker, sag ich doch. Ja, deswegen Hacker. Und vor allem, er kriegt immer nur dasselbe, er kriegt immer nur dasselbe, grad den Fies. Jetzt verlieren wir hier ein Hacker. Ja. Ja, Junge, wenn jemand den genau diesen Moment im Fies, was soll ich da machen? Ja, ich mache alles klar. Ja. 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 Wow, Respekt. bei mir lächst irgendwie keine ahnung warum genau der beispiel durch mit euch okay merke ich mir dabei einfach mal durch mit euch also store oder Vielen Dank. 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 Und ja, das heißt dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.